guten tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge day sie wir wieder mal hier in der schönen apokalypse und ja wie gesagt immer noch ein leicht lost aber das sollte denke ich hoffe ich wünsche ich in der nächsten folge endlich vorbei sein vorbei vorbei ist die schöne zeit nicht die schöne zeit nicht dieses projekt das auf keinen fall ist auch viel spaß wie sau ich hoffe mal dass wir langsam auch mal spieler treffen natürlich welche wo hoffentlich uns ein bisschen nicht so böse gesinnt sind hier ist auf jeden fall gleichen ort und dann hoffe ich wirklich dass wir hier hatten spieler ausgebaut schön die problematik habe ich ja schon mal angesprochen dass sie ist ein zauntor das selber ja okay das ist cool im prinzip könnte ich jetzt hier mal tauschen und ihr seht ich kann es dann einfach zerstören es dauert halt dann dementsprechend lange mache ich jetzt mal nicht weil das hat da jemand gebaut ich mache das jetzt mal nicht na gute idee ist sicherer ort da drin da da auch links und rechts zu gebaut oder nur recht können wir mal reinschauen ist auf jeden fall cool das hat die einzige problematik was ich habe dass man so leicht wirklich abreißen kann die sache aber so sollte man im prinzip am einfachsten machen kann man sich hier drin vielleicht ein zelt rein stellen wenn es geht wenn es geht oder ein fahrzeug sogar rein stellen und ja zwei schon eine coole buda auch für uns na ja was ist denn da aus jetzt los da kommt ja wieder kettensäge vorbei bei mir also sowas brämme brämme das wäre echt schon gold eigentlich kann ich das noch mal wie kann ich das noch mal benutzen ich weiß es gar nicht okay das müsste man dann irgendwie entfernen aber so werde ich wäre schon irgendwie cool aber das problem ist man kann aus allen ecken halt reinschießen und deswegen bleiben wir nicht hier gehen lieber gleich mal weiter weil das reinschießen ist immer so eine sache weil so eine basis in anführungsstrichen nach so eine einfache basis gefällt zwar zum glück nicht so auf wie sohn sohn also es ist so ein ganzes biet was eingezäunt ist natürlich aber es ist halt genauso leicht wieder auch kaputt zu machen im prinzip oder bei solchen kleinbasen ist man braucht hat kaum ressourcen sowas wäre schön in wo man nicht durchschießen kann und wieder mit stein wenden da ist der alter hans hansi wie geht's was ab beschäftigt wie sowas in der art das wäre irgendwie cool das könnte man höchstens von außen irgendwo rein snipen das wäre das einzige aber hier drin alter vom platz her das wäre awesome aber man kann da leider von außen und von außen irgendwo hochklettert bei solchen verdienen also was magst du sachen verdienen und band ich liebe die baseballschläger das op wie sau ich kann die ganze zeit schlagen ohne bloggen zu müssen das ist wirklich geil weil das so und so ein spiel drauf hat soll ich dann mal da hoch wir könnten guten ausblick haben das sind ja das nur schuhe klettern wir eben auch das bringt ja auch nichts mit speed hoch zu klettern minimal nur schneller keine aus dort hat man mehr übel ist ein kleines dorf da ist ja schon cool hier drin irgendwie na also ein platz er hätte man schon ordentlich viel da könnte man ein bisschen liegen style machen das nur noch hier ein bisschen land in sicht vielleicht die waffe vielleicht auch mal wieder raus tun ihr wisst bescheid knick knack zombie zombie und so die füße kapuze auch keine munition drin schade aus nummer eins war eine pleite und ich denke auch die anderen häuser werden in pleite sein geistes feature im game auch ihr seht das sind viele zombies da einer dahinten noch einer da noch einer hier hinten waren schon ewig viele wir müssen auf der hut sein da vorne steht noch einer alter was ist hier los da 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 eine brechstange gold kann man sagen schön aufbrechen lauf mal lieber ein paar meter auf der anderen seite weil die will ich dich aufschrecken weil das sind sehr viele im gebüsch richtig gefährlich hier wirklich richtig gefährlich ist nicht zu unterschätzen die zombies in date alles klar ich bin nicht da die zombies in der sie sehen zwar nicht so drohlich aus wie in days gone beispielsweise aber die sind von 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 nah vom hauen her und so sind die richtig gefährlich und jetzt wurde mal geschlagen sogar also hau es hat weh getan da ist die tür auch offen wir laufen mal noch ein paar meterchen rein naja sowas kann auch mal passieren dass ich sogar mal zum übersee weil zum radar ist nämlich nur ein bisschen eingerostet aber das wird schon noch geben der zeit hoffe ich doch hier ist alles auf aber das sind überall zombies also das wird die verhältnisse ist es schon voll hier mit zombies muss ich sagen klar darf uns jetzt nicht mitspiele wie days oh shit ich dachte jetzt wurde ein anderer gesehen also dass die die aber ja moin ja moin ja moin ja moin ich habe gedacht nur die abgabe sehen zu machen gleich keine ausdauer die oma kommt die oma kommt wo war die straße die straße gab sie nicht weiter kommen die doch auf mir zu da habt ihr gesehen wie das ist wirklich gefährlich ich habe immer noch nicht geschossen sind 123456 und und die ziehe hoffentlich nicht vom gold simulator wisst bescheid knickknackt ja lost das kann wirklich ins auge gehen ich hätte jetzt auch schießen können aber das ding ist wir haben nicht sehr viel munition das problem und eine ladehemmung jetzt auch nicht unbedingt okay wir haben 60 kugeln im prinzip 61 wenn ich die im lauf mit 10 61 kugeln ich weiß es gibt schlechteres aber es gibt auch weitaus besseres 61 kugeln ist ja für days wie gesagt und die verhältnis habe ich ja schon mal gesagt vom ausrüstungs level fängt mit bambi an dann vielleicht überleben da so bei war dann vielleicht vielleicht profi und dann so war so nach der richtung geht es und wir sind momentan vielleicht anfangen zu profi anfangen zu profi sind auch kein gott leider das wäre schön dann hätten wir viele viele maschinengewehre einen schönen panzer wo wir einsteigen können das war schön in der sieben panzer aber das wäre auch genau so wieder op wie sie aber irgendwie wäre so eine komponente schon lustig muss ich sagen ich glaube dahinten ist die netzende oder das ist netzende kommt mir so bekannt vor dass da jetzt gleich das ende sind wir schon mal ganz links von der karte aber ich glaube sogar das kann wirklich sein dass da jetzt das map ende ist natürlich auch jetzt ihr wisst mich optimal aber ich denke mal hier in der bush pampa wird jetzt nicht so viel los sein zum glück habe ich die tür zu bekommen ich hatte echt schiss dass ich die tür nicht zu bekommen ganz ehrlich das ist ja hier ist vorbei die map das wäre kritisch ausgehend ist die mappe vorbei kann ich da noch ein schritt rein laufen kommt ja was war da kam bekommt eine meldung das finde ich auch ein bisschen schade in dazina das ist ja einfach nur so abgekattet ist na ja jetzt irgendwie irgendwie so ein spiel wäre wo hat strahlung wer was weiß ich na dann sei okay oder so so nebel oder sowas was da ist genau bis hierhin geht na aber so das ist einfach nur eine blanke welt wo hat nichts ist das ist das da also na das ist genau das da wo seid oder alles okay gut jetzt die frage wo befinden wir uns auf der karte recht weit unten recht weit oben wir laufen mal so runter währt weil das ist ja links das heißt wenn ich jetzt so nach unten laufen bewegen wir uns wieder richtung mehr und geil das zählt da sind selten die liegen hier liegen auch sagen holzkiste nichts drin leider aber das ist echt geil was man sich jetzt hier schon bauen kann ich hätte jemand also ein kleines lager was konnte ich da etwa auf und zu richtig angenehm wir uns vielleicht ich will rein auch gott kommt wieder raus naja kann ich zumachen mittelgroßes zelt kann ich vielleicht auch so naja kann ich jetzt einfach hier vorne kann es wieder zu hat es irgendwelche items mit alter wie viel platz 200 es wäre das geil eine lichterkette kann man auch installieren tagen jetzt kann man noch drüber machen das ist ja geil etwa zehn kilo das ist ja echt ein geiles zelt also dass man dafür schön rein krabbeln das ist wirklich aus und die tür zu machen kann das ist wirklich das ist geil so was wenn ich sowas war so jetzt noch eine kiste auch leer naja ich lass es mal aufgebaut vielleicht findet es irgendwann mal wieder ein anderer überlebender und kann es für sich nutzen wir konnten es leider momentan noch nicht gebrauchen weil unsere ausrüstung nicht so geil ist ich möchte ganz gerne die schrotflinte irgendwie loswerden hier ist ja auch direkt eine straße optimal sie die schrotflinte möchte ich schon gerne loswerden noch das ende der welt ja kann man trotzdem außen rumfahren also klar ich weiß dass es schon immer hier diese abregelung sona aber ich fände es trotzdem von meiner seite aus ein bisschen schöner wenn man halt irgendwie so einen bösen nebel hätte oder halt irgendwas was sei da da was versperrt dass man da nicht hin kann weil so kann ich da hinten laufen 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 und irgendwann glaube ich bin ich in der wallerei so entweder kommt dann der counter dass ich so rumdrehen soll oder aber ich weiß nicht ob ich das riskieren will das finde ich minimal schade aber ja im regelfall kommt man ja hier so an den rand nicht normalerweise ganz weit ging es ja eine straße ja schöne straße endlich mal nach tausend jahren lauf meine straße in den bergen aber hier wäre aber auch eine geile aussicht was ist denn das was sind das muss ich mal kurz noch was ist denn das sieht irgendwie unnatürlich aus ist das ein lagerfeuer oder camping sagt ist das ein zelt mittelgroßes zelt kann ich das auch mann rücken kann ich weiß es ist vielleicht ein schlechter tausch kann ich geht nicht okay ein lustiger du kommst auf jeden fall wieder mit naja also nein zelt wird immer nicht so schlecht oder einfach hier zelt baumplatz irgendwie neue aber sie nehmen es mal mit das zelt es wird zwar nicht so geil bewaffnet will ich mal sagen aber wir nehmen somit also so ein gratis zelt ich würde aber sagen wir schauen uns jetzt hier links mal direkt neben dem baum jetzt soll ja nicht so auffallen waffe in die hand vollautomatisch schauen uns hier noch ein paar häuser an zivilisation oder eher das was davon über hier ist sehr schön wir mir panzer tape oder irgendwie sowas finden würden das würde ich abfeiern ohne ende geiles panzer tape da würde ich einiges dafür geben ein linkes bein sogar ein rechtes bein braun zum laufen was ist denn das also ein huh oh ja schuldigung habe einfach zugetreten das arme huh kann auch nicht so für ich trete es einfach hier ist aber nicht so viel los von zombies ich habe es jetzt ausgesprochen ich weiß es würde mich wieder verfolgen wahrscheinlich richtig geiles sombruch richtig geil und in der ecke kann auch mal was sein wenn jetzt hier nichts weiter ist ja dann haben wir den vogel heute abgeschlossen sind zumindest wieder jetzt auf kurs einer kräutertiktur kann man mal mitnehmen falls ein bisschen rödelt das ist schlecht sonst können wir unsere waffe nicht mehr einpacken das ist ein zombie oder glaube ja jetzt was drin neuer nachts brauche ich aber nicht da 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 aufmachen aber im prinzip man könnte auch die die aktie weglegen als mit zwar nur ein kilo in anführungszeichen nur aber brauchen wir sie das ist es eben brauchen sie hat einfach nicht geile sachen hier drin man ihr seid nichts das ist ja echt langweilig davon ist noch ein store da war hier schon wieder jemand gibt es doch nicht ich ihn lag und so am anfang ging es eigentlich recht gut aber jetzt oder vorne ist nix weiter im brunnen geil können wir uns nochmal voll lippen würde ich sagen das machen wir noch ne das brauchen wir nicht hier ist nix auch nix dann lippen wir uns vielleicht nochmal voll ja durch die durch durch einfach durch junge junge lecker schmecker so wir machen uns voll würde ich gleich mal sagen ob noch halt noch mal junge noch mal einfach einfach durch die zuflasche trinken ist das geil du hast du hat den verschluss runter gemacht aber ist wurst curry wurst und wieder raus hallo kann ich hier auf dann ist er unser haar jetzt erst mal reichen wenn ich wir haben ja noch mehr als genug lecker schmecker esen dabei was wir die kurve bekommen so 1 wieder schauen wir noch ein paar häuser durch ansonsten gehe ich wieder jetzt zurück und hol ja dann dann dennoch wird das zelt wieder streichhölzer 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 so viele brauchen wir auch nicht gummestiefel wie sind unsere stiefel abgenutzt arglos tauschen wir aus wenn ich neue gummischiefel aber mein nehmann wieder sind gummischiefel regener das ist nicht so gut dass da ein platt papier drin ist ja ich würde sagen wir holen auf jeden fall oder sein zumbi vielleicht hat der noch was dabei ja 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 so ist doch gut mein freund brauchen wir zwar auch nicht aber wir haben noch ja wir haben noch wohl man könnte ja noch ein paar mitnehmen war ja nicht noch einer mit dem rucksack naja schade wieder kein glück aber wir bewegen uns doch unten wo hier ist der rucksack hallo sie haben doch bestimmt viel proviant dabei auch tut mir leid schon wieder auskutscht schön 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 das ist eine spinne ich bin ich habe sie nur von der spinne verbreitet ruiniert jetzt nehmen wir ich würde es auch sagen den nehmen ein paar folgen mit also nicht jetzt für über ewig diesen diesen camping ding also dieses zelt nehmen wir jetzt nur mal somit vielleicht finden wir irgendwie noch mal eine coole verwendung dafür ansonsten ja in die walachei damit das wird wahrscheinlich auch zu enden aber schöner haben wir auch mal wieder ein zelt gefunden aber immer noch kein spieler also ja gut wie gesagt wir sind auch jetzt nicht bei den sp www bei den hotspots bei den howl spots immer sagen wie eher viel und so weiter und so fort das wird ganz lustig werden also das die wahrscheinlichkeit dass wir sterben Oh shit, wie hat Blut? Wow, 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 wow. Ich dachte doch, das wird hier ein bisschen, ist nicht mehr so bunt hier alles. So. Schnell mich verbinden. Dann holen wir jetzt schnell hier noch. Eieieiei. Ah Gott. Das war eigentlich schon recht knapp. Puh. Junge. Also das war. Ja, schon recht knapp. So. Nehme ich das dann mit. Wir gehen da in den Busch. Und in der nächsten Folge böllern wir dann weiter, würde ich sagen. Und bis dahin würde ich dann sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.